Der Wall Run dient dazu, Wände hochzulaufen und sie zu überwinden. Zunächst ist es wichtig, mit den Händen die Oberkante der Mauer zu erreichen. Nehmt so viel Abstand, dass ihr den starken Fuß an die Wand setzen könnt. Nun ist die Geschwindigkeit, die Positionierung des Absprungbeines und Körperhaltung entscheidend. Wenn ihr abrutscht, ist der Fuß zu tief, wenn ihr euch nicht abdrücken könnt, ist er zu hoch. Bringt euren Körper beim Absprung in eine parallele Lage zur Wand, haltet euer Ziel im Auge, drückt euch ab und streckt die Arme in Richtung Kante. Haltet euch an der Kante fest, gleichzeitig drückt ihr euch mit einem weiteren Schritt in Richtung Ziel. Nun könnt ihr auf die Mauer steigen. Um die richtige Absprungposition zu finden, testet zunächst einige Male die Schrittfolge, lauft dazu auf die Wand zu und springt nach oben von der Wand ab. Hamburg. Hamburg.